Aber es ist halt scheiße für diejenigen, die sich jahrzehntelang was aufgebaut haben. So wie MCM. Tino, du hast extra die Tür zugemacht. Da fällt mir auf, ich war in deinem neuen Schloss noch gar nicht zugegen. Es wird echt Zeit. Das stimmt, lieber Robin. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, zu uns zu kommen, zum Kochen, zum Austauschen, zum Zocken oder zum, weiß ich nicht. Geil. Für alles bist du eingeladen, für alles. Ja, ich war gerade ganz überrascht, dass du jetzt eine Tür hast. Also in deiner alten Wohnung, da war das ja eher nur so ein Raum und fertig. Es waren zwei Türen. Es war eine Tür in einem Miniflur, wenn du dich erinnerst. Ja, ja. Ein halber Quadratmeter und dann ging es zum nächsten Flur und das war dann der Hausflur. Ja gut, also das habe ich nicht mitbewertet, da dieses komische Konstrukt mit deiner Nachbarsfrau, da irgendwie so eine hochgezogene Tür, nur damit ihr euch nicht gegenseitig beim Duschen sehen könnt oder so. Schade eigentlich, ja. Aber schön, ich freue mich für deinen gesellschaftlichen Aufstieg. Vielen Dank. Ich finde das sehr gerecht, dass du jetzt eine solche Wohnung hast. Ich auch endlich, ey. Und ja, auch mal Zeit. Es gibt Dinge, die sind weniger gerecht, Tino. Und genau darum soll es heute gehen. Es kann auch als sehr ungerecht bezeichnet werden, dass wir so lange gebraucht haben, diesen Podcast aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir den schon herschieben vor uns. Ja, auch das hat nämlich mit deiner Wohnung zu tun. Auch hier ganz elegant. Nein, es ist nicht die Schuld von Tino. Es ist manchmal irgendwie ein bisschen verschwurbelt. Aber ja, also es gab irgendwie nicht so einen Termin. Es war immer irgendwas und ein Umzug und hier und da. Aber wir schreiben nochmal und ach ja, komm, wir melden uns und so. Und keiner meldet sich. Ja, also das Ding ist halt auch über Discord und so. Da hat man irgendwie nicht so. Es ist alles irgendwie ein bisschen anders, Mann. Es ist erstens geiler, wenn man sich gegenüber sitzt. Und zweitens hat man dann halt diesen festen Termin, wo man sich eh trifft. Und ich weiß auch nicht. Was ich an dieser Stelle nur sagen kann. Barilla, es tut mir leid, dass du so lange jetzt warten musstest. Mir auch. Und etwaige andere Leute, die einen Hörerwunsch haben möchten, meldet euch gerne. Wir kriegen das bestimmt das nächste Mal besser hin. Wir haben jetzt gar keine mehr. Wir haben jetzt alle aufgebraucht quasi und brauchen neue Themen. Also Leute, seid kreativ. Wir können reden über das Gendern, über Wrestling, über den Tod. Wir können über alles sprechen, was ihr wollt. Also das war ja der Hauptgrund, warum wir diesen Hörerwunsch so lange aufgeschoben haben. Wir wollten nicht, dass es endet. Wir wollten immer noch einen Hörerwunsch haben. Deswegen, wir brauchen neue Hörerwünsche. Geikel. Einfach über Paypal. Das ist ein Thema, was vielleicht nicht ganz jeden betrifft. Weil nicht jeder so den Struggle kennt zwischen BAföG-Antrag und Studium und Arbeit. Aber man kann ja die soziale Gerechtigkeit irgendwie überall finden. Man muss nur genau hingucken. War das gerade wieder dieses, oh ich bin Student, es ist so anstrengend. Ich muss hier so ein Formular ausfüllen. Alter, mach du mal so einen BAföG-Antrag. Das ist so ätzend. Das ist echt zum Kotzen. Jedes Mal musst du so ein Pamphlet ausfüllen mit irgendwelchen Daten. Deine Eltern müssen irgendwie ihre Steuereinkünfte von vor zwei Jahren eintragen. Ihre Lieblingskammer, Sutra-Stellung, ja ich weiß das. Blutgruppe und so weiter, ja es ist furchtbar. Das Ding ist ja auch, ich habe da ein ganz großes Problem mit BAföG. Ich bin jetzt Laie auf diesem Gebiet. Kannst du mich jetzt erst mal. Und wir klären das kurz, aber dann würde ich sagen, ich lese einfach mal den Text vor, den Barilla uns geschickt hat. Aber ganz kurz, BAföG, du kriegst das fürs Studium und musst die Hälfte davon zurückzahlen, ist das richtig? Genau die Hälfte. Das ist quasi eine Art Mischung aus Darlehen und Leistung quasi, eine kostenlose Leistung. Ja, also ich bin bis jetzt durchs Leben gekommen, ohne Geld auszugeben, was ich nicht habe. Und das ist irgendwie nicht so ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Also grundsätzlich. Es hat jetzt nicht per se was mit BAföG zu tun, sondern so einen Kredit aufnehmen oder so. Das sind alles Dinge, da hätte ich nicht so Bock drauf. Ja, es stimmt. Das ist so ein bisschen auch ein Druck, weil ich auch BAföG bekommen hatte. Und zwischendurch, als es mal nicht kam, habe ich da so einen Studienkredit beantragt und so. Also ich habe so ein bisschen zwei Schuldner aktuell, wo ich jetzt auch schon den einen abbezahle aktuell. Und es ist so ein bisschen, ich weiß, dass es erträglich ist, weil du kannst ja auch die Rückzahlung so ein bisschen auch vor dich herschieben, kannst sie gering halten und in die Länge ziehen und so weiter. Aber es bleibt halt irgendwie so ein Gefühl von wegen, du hast so, weiß ich nicht, wie viel es bei mir sind, 10.000 Euro, die du abbezahlen musst die nächsten Jahre. Und es bleibt halt eine Ausgabe. Und das Ding ist auch, dass wenn du stirbst, also wenn ich jetzt sterben würde, dann müssten meine Eltern, soweit ich weiß, dafür haften, müssten das dann übernehmen für mich. Oh Gott. Das finde ich halt so scheiße. Also bitte mich nicht in deinem Testament erwähnen. Ich sage dann, nein, ich kenne diesen Mann nicht, Herr Richter. Oh Mann. Ich glaube, die können dann das Erbe ausschlagen, soweit ich informiert bin. Aber ist ja auch scheiße. So ein Erbe ausgeschlagen. Ja, also wie gesagt, dieses ganze Gefühl so, Schuldner, wenn ich das schon höre, weißt du. Und die Sache ist ja auch, und jetzt wird es wieder hoch marxistisch oder so, jetzt wird es gleich wieder hier rumgewedelt, dass ich das linksradikale schwarze Block wieder bin. Aber meinst du, dass eine Gesellschaft davon richtig harten Schaden erleiden würde, wenn man zum Beispiel Spekulationen an der Börse hoch versteuern würde und davon unter anderem bedingungsloses Grundeinkommen und oder solche Bildung bezahlen würde? Ich finde das nicht mal wirklich links. Ich finde das einfach nur sozial und gerecht. Vernünftig, ne? Vernünftig einfach, ja. Klar, es ist vielleicht deswegen links, weil es halt was Neues ist. Und Menschen davon profitieren, die irgendwie nichts dafür geleistet haben, weißt du. Aber ich finde es halt eine tolle Idee. Und wer hat denn das aufgebracht, weil es nicht dieser komische Precht oder wie der heißt? Der hat das garantiert auch mal gesagt, ja. Also zumindest beim Grundeinkommen hat er auch. Weil das ist, ich habe jetzt nicht die Zahlen im Kopf, aber was da rumgeht. Und jetzt bevor Herodes wieder eine Pulsader an der Schläfe kriegt, da geht es ja um die großen Summen. Also wenn das prozentual berechnet ist und du da mal irgendwie einen Hunni reinbutterst in Silber, ja. Und davon dann einen Euro abgeben musst fürs bedingungslose Grundeinkommen, dann ist das ja nicht so wild. Aber wenn irgendwie so ein Großaktionär da am Start ist, ja. Und irgendwie das Tausendfache von solchen Summen tagtäglich hin und her schiebt, dann läppert sich das schon ordentlich. Und ja, ich kann Leute verstehen, die das nicht so geil finden, von wegen, es gibt ja irgendwie auch ein Recht auf Besitz und Reichtum und so und es wäre ja ungerecht, denen das wegzunehmen. Ja, das wird mir nicht weggenommen. Es ist ja eine Pauschale für das Spekulieren an der Börse. Es ist ja nicht so, dass dir Geld weggenommen wird, sondern halt für solche Sachen. Aber auch weil es da mal diese Möglichkeit gab eines Existenzmaximums und so weiter, dass man das ein bisschen begrenzt, auch ich weiß nicht wie viele Millionen, sehe ich genauso, wird halt vom Grundgesetz her schlecht durchzubringen sein. Deswegen finde ich halt so eine Idee mit Spekulatius-Steuern eigentlich gar nicht schlecht. Ja, also der Ursprungsgedanke war einfach nur, weil wir es von BAföG und Studieren und so hatten. Ich glaube nicht, dass es einer Gesellschaft schadet. Also je höher der Bildungsstand ist, desto besser. Ich finde es auch ganz spannend, dass ich während meines Studiums oftmals vor den Kopf geknallt bekommen habe von irgendwelchen fremden Leuten, dass ich ja auf ihre Kosten leben würde. Das fand ich irgendwie, ja, es ist vielleicht ein bisschen richtig, dass ja auch BAföG durch öffentliche Gelder bezogen werden. Aber letztendlich ist es ja mein Recht, das zu bekommen. Und jeder Arbeitslose in Deutschland profitiert ja auch von Steuergeldern und so weiter. Und ich erhalte... Die scheiß Wänster in der Schule, die profitieren von meinen Steuergeldern. Die sollen sich gefälligst erhängen. Aber siehst du mal diesen Egoismus, den es auch unter den Menschen gibt, was ja bei den Amerikanern noch viel größer ist. Ja, da ist ja echt so dieses Motto, jeder seines Glückes Schmied und da gibt es so was wie Sozialleistungen ganz, ganz wenig oder BAföG. Da müssen ja die Eltern echt frühzeitig, wenn so ein Kind geboren ist, für das Bike so ein Konto aufmachen und ihr Leben lang da Geld drauf zahlen, damit sie ihr Kind mal aufs College schicken können. Alter, das ist dann echt Bildung, so eine Art, so eine Frage des Geldes und des Reichtums der Familie. Das finde ich halt ungerecht. Das ist auch so ein richtig toxisches Neidding, Alter, was ich einfach nicht nachempfinden kann. Jetzt zum Beispiel auch bei der Diskussion bedingungsloses Grundeinkommen oder so. Zum Beispiel. Oder wenn man den Mindestlohn erhöht oder so. Da gibt es ja dann immer wieder Leute, die sagen, das ist übelst ungerecht, weil ich habe mein Leben lang für diesen Scheiß gearbeitet. Und jetzt kommen die jungen Leute nach und kriegen das einfach in den Arsch geblasen. Mit derselben Argumentation könntest du auch sagen, jetzt irgendwie, was weiß ich, in Amerika ein Schwarzer oder so, der sagt dann, nee, aber die Schwarzen von heute, die sollen nicht gleichberechtigt werden. Ich damals, mein Urgroßvater, der wurde noch versklavt. Was soll denn das? Oder eine Frau, die irgendwie damals keine Rechte hatte, nicht wählen durfte, die könnte dann heute auch sagen, nee, ich will nicht, dass Frauen wählen dürfen, weil ich durfte das damals auch nicht. Das ist so ein toxischer Ansatz. Warum sollte man sich nicht dafür freuen, dass es jetzt besser ist? Es ist natürlich scheiße, dass man eine schlechtere Lage damals hatte. Aber das soll doch jetzt den Fortschritt bitte nicht verhindern. Ich finde es auch ein bisschen schade. Also ich freue mich auch für jeden, der irgendwie kostenlose Sachen bekommt. Zum Beispiel als es hieß, dass Bundeswehrsoldaten irgendwie kostenlos Zug fahren durften, dachte ich zwar auch, okay, wieso fangen die jetzt bei den Leuten an, sodass die das machen dürfen. Aber an sich wird mir ja nichts weggenommen. Und vielleicht gibt es ja auch langfristig die Perspektive, noch für mehr Berufsgruppen das zu öffnen. Wenn es schon mal sowas gibt, wie kostenlose Berufsgruppen dürfen kostenlos im Fernverkehr fahren, dann kann man ja auch irgendwann argumentieren, okay, es dürfen jetzt schon Bundeswehrleute, warum nicht auch Pflegekräfte und warum nicht auch, weiß ich nicht, Lehrer oder warum nicht auch sonst was, weißt du? Ich als Aids-Hilfe-Schauspieler-Podcaster. Ja. Ja, also bin ich auch dafür, zumal, ich meine, die Bahn ist staatlich, die muss eigentlich jetzt, also gut, da hänge ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, aber ich glaube nicht, dass die unbedingt Profit machen muss, weißt du? Die Bahn, meinst du? Die Bahn. Ja, die wird ja eh schon subventioniert zum großen Teil vom Staat, so wie ich das mitbekommen habe, weil die Bahn sich so in der Form gar nicht rentieren würde. Es gibt so viele kleine Haltestellen, alleine hier im Umkreis gibt es ja dieses kleine Kaff München zum Beispiel, was nun Bedarfshalt ist und der wird ja auch nur subventioniert und darf deswegen halt noch stattfinden, weil wenn die Bahn völlig privat wäre, dann gäbe es diese Haltestelle gar nicht mehr und viele andere auch nicht. Das wäre halt sehr schade, weil ich finde, selbst wenn nur eine kleine, wenn die Oma Gerda aus kleinen München auch nur einmal die Woche nach Bad Berka oder nach Weimar fahren möchte, dann sollte man das ihr auch ermöglichen dürfen, weil das Geld ja auch da ist. Ja, wenn die bei Bad Bergkida mitlaufen will, ja, da hat die ein Recht dazu. In Bad Burka, meinst du? Bad Burka, genau. Bevor es Bad Burka wird. Bevor wir jetzt irgendwie dann doch mal das vorlesen, was Barilla uns geschickt hat. Eine kleine Sache noch, weil es gerade passt und weil du ein Recht angesprochen hast. Der hat nämlich auch bei der Bahn gesagt, das ist auch nochmal ein größeres Thema, aber im Grunde passt es auch hier dazu, dass die Bahn als staatliche Institution eigentlich sowas nicht nötig hätte wie Sonderangebote und so, sondern theoretisch man quasi jeden gleich behandeln könnte und das aber ein Beispiel von sehr vielen ist in der heutigen Zeit, wo jemand, der quasi clever in Gänsefüßchen oder schnell ist, einen Vorteil bekommt, aber das immer zum Nachteil von jemand anderem. Also wenn ich irgendwie Schnäppchen hier kriege, dass die anderen ja das quasi mitbezahlen, indem sie dann mehr bezahlen. So, und das ist ja jetzt nicht nur bei der Bahn so, da war halt nur das Beispiel, dass sie als staatliches Institut das nicht machen müsste, aber das ist ja so allgegenwärtig, dass du andere irgendwie ausschlägst, beziehungsweise halt anderen Nachteil verschaffst, indem du selbst einen Vorteil hast und dass das insgesamt einfach ein Klima von eher Misstrauen schafft, weißt du? Weil du dann immer denkst, okay, der Handyvertrag, wo ist der Haken, wo werde ich jetzt hier verarscht oder so, weißt du? Ja. Und nicht ein grundsätzliches Vertrauen gegenüber den Mitmenschen, was ja schon irgendwie so der soziale Kit einer Gesellschaft ist und das finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz und passt hier so halbwegs dazu. Nicht nur halbwegs, ich finde, das passt sehr gut rein, genauso wie Krankenhäuser, warum müssen die privat sein? Warum müssen die denn Umsätze machen? Das verstehe ich halt nicht. Es muss ja um den Menschen gehen und nicht darum gehen, irgendwie, ja, okay, wenn wir den jetzt aufschneiden, den noch irgendwie in eine Knie-OP reinhämmern, kriegen wir nochmal 20.000 Euro obendrauf, machen wir einfach mal so, haben und nicht haben, weißt du? Und ich glaube, dass auch deswegen das Vertrauen so sehr sinkt gegenüber Krankenhäusern und Pflegepersonal oder Arztpersonal. Ja, das war auch sehr befremdlich, Alter. Kurz vor Corona war ich ja nochmal in Plankenhain wegen meinem Bauchnabel, weil ich das eigentlich auch hätte operieren lassen wollen und war da zum Vorgespräch und da hieß es halt auch so, ja, hier, das sind die Fakten und so, überlegen Sie sich das. Wir sagen auch ganz ehrlich, wir freuen uns, wenn wir sie operieren können, weil das gibt extra Geld. Das war richtig fucking weird, Alter. Alter, nein. Ja. Also, ja, ganz komisch. Egal, ich lese jetzt erstmal vor, was Barilla uns Schönes geschrieben hat. Ja. Damit alle im Bilde sind. Brennpunkt, Hörerwunsch, soziale Gerechtigkeit. Beispiel. BMW schüttet in der Corona-Krise Millionen an Dividenden an die Aktionäre aus und lässt mit unseren Steuergeldern die Angestellten in der Kurzarbeit vom Staat mitfinanzieren. Sie könnten sich problemlos ohne Staatsgelder behelfen, tun sie aber nicht. Im Vergleich bekomme ich als Schüler ohne Einkommen kein Meister-Bafög, weil ich über dem Freibetrag an Vermögen mit meinem Auto liege, da ich sparsam war in der Zeit, als ich gearbeitet habe. Das Geld ist für die Zukunft gedacht, Haus etc. Hätte ich mit beiden Händen alles ausgegeben, würde ich unterstützt werden. Staat sagt, nö, du Idiot, gib erstmal dein eigenes Geld aus. In Klammern-Prinzip von Bafög verstehe ich ja, aber ist doch mega unfair, oder? Nun muss ich meine Zahlen modifizieren, um mir vom Staat mein Stück Kuchen zu holen. Das ist eine Sache, die ich bestimmt verjährt mittlerweile, weil wir so lange gewartet haben. Ja, ja, klar. Da ich das aus Prinzip einfach nicht einsehe, was fällt euch noch dazu ein? Ich liebe dich. Süß. Oh Gott, und wir haben ihn so bitter enttäuscht, Alter. Es tut mir leid, Barilla. Wahre Liebe kennt keine Zeit. Barilla ist ein ganz, ganz hübscher Mann. Ja. Der kann auch ganz gut bouldern. Ich war ja schon mal mit dem Bouldern in Köln. Ach, ehrlich? Mhm. Direkt neben dem Studio, wo wir damals die Millionärswahl gedreht haben. Auch zu der Zeit oder später? Das war ganz, ganz am Beginn von Corona. Ach so. März 2020. Gut. Ja, das stimmt. Dieses BAföG-Thema ist ja auch ein ganz großes Ding, weil ich es auch nie verstanden habe, warum BAföG so elternabhängig ist. Ich hatte auch Studienkollegen, die hatten Eltern, die relativ viel verdient haben, aber aufgrund von Abzügen und einem gewissen Lebensstil ihre Kinder nicht unterstützen konnten. Also trotzdem nicht, weil sie irgendwelche Kredite hatten oder keine Ahnung. Oder BAföG nachzahlen mussten. Genau, oder so. Und dann haben quasi meine Studienkollegen kein Geld vom Staat bekommen, also kein BAföG, aber konnten auch nicht von ihren Eltern unterstützt werden. Dann wussten die nicht, was sie tun sollten und mussten halt dann doch arbeiten gehen nebenher. Und das hat ihre Studienzeit regelrecht maßgeblich beeinflusst und verlängert auch teilweise, weil sie manche Module nicht geschafft haben, weil sie arbeiten mussten nebenher. Hm. Ich kann dazu auf jeden Fall auch noch was sagen. Ich weiß nicht, ob du das bei dir auch hattest, aber ich war damals mal in einer Bedarfsgemeinschaft, als meine Eltern, ich weiß gar nicht, wie das genau passiert ist, auf jeden Fall hatten die ja da lang Zeit so drei Imbissbuden und das lief auch ganz gut, aber irgendwas war da in dem einen Jahr, bestimmt Corona oder so. Ja. Und da ging es halt schlechter und da waren wir erst mal eine Bedarfsgemeinschaft so. Davon habe ich erst mal überhaupt nichts mitbekommen, aber als dann mein Kumpel Nils angefangen hat und meinte, hey, wollen wir nicht in Ehrensdorf beziehungsweise Oberweimar bei der Rewe arbeiten und ein bisschen was dazu verdienen und ich so, jo, geil, also alleine hätte ich da voll keinen Bock, aber mit ihm zusammen da irgendwie arbeiten und ein bisschen Kohle nebenher so, keine Ahnung, 20 Stunden die Woche, was weiß ich, geil. So, und dann hieß es aber, Moment, wenn ich da jetzt arbeite und da Geld verdiene, dann sagt das das, also indirekt sagt das das Arbeitsamt wieder ein, weil wir als Gemeinschaft dann mehr verdienen, als uns zusteht. Und dass das, also das war richtig absurd, dass ich dann da arbeite und mein Geld, meinen Eltern dafür das Geld weggenommen wird, sozusagen. Ja, und du willst dir eigentlich nur was dazu verdienen und vielleicht auch was ansparen für die Zukunft, vielleicht, man weiß es ja nicht. Und es wird ja halt untersagt und es hat ja auch Barilla geschrieben, dass er irgendwie erst mal sein Vermögen ausgeben muss, damit er BAföG bekommt. Das ist so unsinnig und so kontraproduktiv, weil das ja vielleicht für was Wichtiges ist, wie halt, wie er geschrieben hat, für ein Haus gedacht ist, für ein größeres Auto, für eine Familie. Ja, bei einem Haus würde ich jetzt diskutieren können, ob das jetzt wirklich so wichtig ist und so, aber ich verstehe deinen Ansatz. Und ich würde hier auch ganz schnell noch reinkrätschen wollen, weil ich spüre schon wieder die Pulsader bei Herodes, Alter. Die Schläfe, die pulsiert schon wieder. Weil natürlich, wenn wir hier sagen, hier kostenlos studieren und so, dann natürlich muss man da auch drauf berücksichtigen, dass es dann halt Leute gibt, die im 38. Semester sind und so und weißt du? Und sowas mitfinanzieren, das ist dann natürlich vielleicht ein bisschen, kritisch oder Leute, die halt, ne, das sind halt jetzt so die Beispiele, wo man es nachvollziehen kann. Aber es gibt genauso auch Leute, die sagen, ey, ja, ich hab ja meine Kohle und ich will trotzdem und so, ich sauf davon jeden Tag, was weiß ich. Ja, finde ich schwierig, weil du ja eh nur BAföG bekommst über eine gewisse Zeit hinaus. Das heißt, BAföG wird ja eh gestrichen über die Regelschulienzeit. Na, dann ist gut. Hallo Internet! Hallo! Meine Freundin kommt gerade nach Hause und ihre Freundin kommt nach Hause. Okay. Hi, viel Spaß. Wo war ich gerade? BAföG, genau. Dass du ja nur BAföG bekommst, solange du die Regelschulienzeit hast. Das heißt, bei mir waren es dann siebeneinhalb Semester. Danach wird es ja eh gestrichen. Das heißt, selbst wenn jemand 38 Semester studiert, selbst dann bekommt er kein BAföG mehr. Ja, ich bin bei diesen coolen, hippen Studenten nicht ganz so firm. Gut, dass du dich da auskennst und auch 38 Semester hinter dir hast. Ja, ich hab zwölf hinter mir und ich hab auch nur die Hälfte bekommen, BAföG, tatsächlich, und hatte den Rest gearbeitet. Ja. Aber ich glaub, du bekommst halt so steuerrechtliche Vorteile immer noch als Student, dass du halt weniger Steuern zahlen musst und weniger Ausgaben hast. Keine GZ? Das trifft vielleicht zu. Doch, doch, doch. Also nur wenn du BAföG bekommen hast, zahlst du kein GZ. Ach so. Ach, krass. Verrückt. Guck er an. Ja. Und, was wollte ich noch sagen? Und du zahlst auch nicht in die Rentenkasse so richtig ein. Das heißt, du kannst ja auch nur ein gewisses Geld dazu verdienen als Student. Ja. Und dann zahlst du auch weniger Steuern ein. Das ist auch schwierig. Ja, aber um das nochmal hervorzuheben, weil ich war als Wanz so enttäuscht. Keine Ahnung, ich war 16, 17 oder sowas. Ich war so enttäuscht, Alter. Ja. Und jetzt hat er schon gearbeitet. Ich glaube, es waren 400 Euro oder so. Vielleicht hätte ich auch 100 davon behalten können. Weiß ich gerade nicht mehr genau. Aber das war dann halt auch sinnlos irgendwie. Du arbeitest da quasi für 400, aber kriegst du nur ein Viertel davon. Da kannst du es auch gleich sein lassen. Da ist mir dann meine Zeit doch zu kostbar. Aber also das hat sich so richtig ungerecht angefühlt. Und keine Ahnung, also meine Eltern konnten ja jetzt auch an sich nichts dafür. Ist ja jetzt nicht so. Ist halt doof gelaufen so, ja. Es war in dem Sinne nicht so tragisch, dass ich jetzt unbedingt dieses Geld gebraucht hätte, aber geschadet hätte es nicht, Alter. Und ja, irgendwie 400 Euro im Monat dazu, da hätte ich schon ansparen können. Da wäre ich vielleicht jetzt ein zweites Mal schon in Japan gewesen. Oder ganz woanders vielleicht. Ja. Es ist jedenfalls ja ungerecht. Ich finde auch, dass das BAföG einfach jedem zustehen sollte prinzipiell. Also vielleicht nicht so, weiß ich nicht, Multimillionärskindern. Das wäre vielleicht Quatsch. Auf der anderen Seite sind das ja auch wenige. Auf der anderen Seite. Erstens das, das ist erst recht Multimillionär und Milliardäre, das sind halt eine Handvoll so in Deutschland. Ja, stimmt. Aber zum anderen, auch diese Frage kommt ja auf bei der Frage von bedingungslosem Grundeinkommen. Und da ist es ja so, dass eigentlich drauf spekuliert wird, dass dieser Betrag dann halt, dass das so ein selbstverständliches Ding ist, wenn man fucking Millionär ist, dass man das halt einfach weggibt. Weißt du, dass du da nicht jeden Monat noch deine 1500 Euro Grundeinkommen einheimst. Andererseits muss man hier auch sagen, um den Bogen zu spannen zu Barillas-Ding, das ist erstmal nur die Theorie. In der Praxis ist halt alles, was in irgendeiner Form finanzieller Vorteil ist für ein Unternehmen, hier am Beispiel von BMW. Natürlich, warum sollte ich das nicht machen? Weißt du, aus einer kapitalistischen Sicht heraus. Warum sollte ich nicht das so machen, dass ich extra Geld habe? Und das ist halt ein bisschen schwierig. Es muss halt andere Incentives geben als fucking Profit. Das ist halt eine sehr liberale Einstellung, zu sagen, jeder kann das bekommen und verdienen, was er will. Und wer halt Pech hat, hat halt Pech gehabt. Aber das ist halt nicht meine Einstellung. Ich finde, dass sehr viele Menschen nicht die Möglichkeit haben, so viel Geld zu verdienen. Und irgendwie auch durch soziale Ungerechtigkeiten irgendwie nicht mal an Bildung kommen und so weiter. Und da bin ich einfach solidarischer und finde, man kann ruhig ein bisschen eingreifen als Staat. Wenn man irgendwo sieht, dass ganz wenige Menschen das meiste Geld haben, da kann man ruhig umverteilen. Ich finde das voll gerechtfertigt. Umverteilen klingt auch wieder sehr gruselig, bestimmt für jemanden. Ja, oder verstaatlichen. Klingt ja auch immer so eklig. Aber es ist einfach sinnvoll und gerecht, finde ich. Ist ja natürlich auch wieder subjektiv, was gerecht ist zum Teil. Aber ich finde es halt sehr gerecht, wenn Menschen, die viel haben und keine Angst haben müssen, nächste Woche nichts zu essen zu haben, dass die ruhig, weiß ich nicht, ein Prozent oder zwei abgeben von ihrem großen Vermögen. Es ist auch echt spannend, was die Zukunft bringt, so in Sachen von, auch hier passend zum Thema, Monopole, Großkonzerne, die Corona überleben, Tante Emma, Lädchen, die totgehen. Amazon zum Beispiel als absolutes Monopol. Amazon ist ja längst kein Vertreter des Online-Handels mehr. Amazon ist ja der Online-Handel sozusagen. Also, und da wird es auch spannend zu sehen sein, wird das wirklich so bleiben? Wird das vielleicht irgendwie zerschlagen werden? Wird das immer mehr? Also, das ist schon... Naja, das Ding ist mit Amazon, man muss erst mal anfangen, die zu Recht zu, also, dass sie Steuern bezahlen. Das wäre nicht schlecht, ne? Das wäre erst mal das Erste, wo man anfangen könnte. Und gegen Monopole vorgehen, finde ich immer, ich weiß, ich finde es auch doof, dass Monopole gibt. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie man dagegen vorgehen kann, ohne dass es zu ungerecht wird. Das kann ich nicht genau sagen. Da bin ich zu wenig im Thema drin, was es da für Modelle gibt. Ich habe Marx nicht gelesen, okay? Anzünden. Der Marx will ja nicht Sachen anzünden. Der will ja eher umverteilen, so wie ich es verstanden habe, dass alle Menschen gleich sind. Das ist ja kontrovers. Ja, sehr, wenn du mich fragst. Auch, weil du es ansprichst, gerade die Oma-Emma-Läden, gerade jetzt auch zur Pandemie-Zeit, wo die Innenstädte sterben und die ganzen kleinen Läden irgendwie dahin siechen und gewisse Branchen, wie die Kultur, völlig vergessen wird. In die Lufthansa werden halt Milliarden gesteckt und Fußballvereine dürfen auch irgendwie, also Fußball-Ligen dürfen auch stattfinden. Weil Fußball ein Riesengeschäft ist, Alter. Eben, und die ganzen kleinen Geschäfte hier, oder auch die Theater, die dürfen sehen, wo sie bleiben, so. Oder die ganzen Schauspieler, Musiker, die haben halt gerade gar keine Möglichkeit, irgendwie an Geld zu kommen. Klar, es gab wohl irgendwelche Hilfen, die aber wieder gestoppt worden sind. Ich habe mir das ja am Anfang auch angeguckt, diese Künstlerhilfen. Und da waren drei Bedingungen dran, ich weiß es leider gerade nicht mehr, aber ich konnte das nicht beantragen, auf jeden Fall. Nee, ist ja für dich eher weniger relevant, da du ja auch trotzdem noch dein Online-Stuff machen kannst. Ja, aber also, ne, Tino, was ist, wenn ich nicht auf Twitch gewesen wäre, so, und wirklich auf YouTube angewiesen, mehr oder weniger, dann wäre halt nicht so gut gewesen. Und dann ... Aber du meinst, ja, du meinst die Pranks, die du nicht reden kannst, so deine Straßenkomödien. Ja. Also ... Ja, stimmt, stimmt. Also, aus der YouTube-Sicht war das garantiert nicht gut, dass ich jetzt ein Jahr fast nichts wirklich gemacht habe. Also klar, es gab ein paar Videos so, und das war noch richtig Banger, aber weißt du, wie ich es meine, so. Ja, das stimmt, und ich kenne auch Musiker und Schauspieler aus meinem engeren Freundeskreis, die halt echt nur davon gelebt haben, weil sie das auch ausgebildet haben und jetzt gerade einfach kein Geld haben und nebenher noch irgendwie anders jobben müssen. Und das klingt ja erst mal so, buh, du musst arbeiten gehen, aber es sind einfach gerade nur begrenzte Möglichkeiten, arbeiten zu gehen, weil auch Studenten müssen gerade sich andere Jobs suchen, die früher in der Gastro waren und so weiter. Und deswegen ist der Arbeitsmarkt gerade so richtig eklig. Und wenn du einfach nur studierter Musiker bist und davon gelebt hast und gerade nicht auftreten kannst, dann ist es schon scheiß, wenn dann Menschen sagen, er sucht dir doch einfach einen neuen Job. Das ist auch ungerecht. Und ich kenne welche, die halt gerade gar kein Geld bekommen so und nicht wissen, wo sie bleiben. Ja, du hast, du hast nur ganz kurz meinen Monolog noch unterbrochen, Tino, es war mir sehr wichtig. Entschuldigung, Entschuldigung. Also, ich würde gerne mal danke sagen, dass ihr mir hier das ermöglicht, denn es ist halt wirklich so. Also, ob das jetzt irgendwie Patron ist oder Subs, ob es nun Subscriptions auf Titsch sind oder Donations oder verschenkte Subs, das ist schon alles sehr, sehr sweet. Vielen Dank dafür. Das ermöglicht mir hier, das hier alles überhaupt zu machen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen Chapeau an die Leute und dass sie auch Bock drauf haben. Und das wollte ich einfach nur noch mal betonen, weil ohne das, ich wäre halt so ein bisschen am Sack gewesen. Das Ding ist, eine, das weiß ich noch, eine Sache ist, dass du nachweisen musst, dass du weniger Einkommen als im Vorjahr hast. Und es war ja im März oder April 2020. Und das ist ja klar, dass, wenn das gerade anfängt, dass das noch keine Umsatzeinbußen sind, ja, also jetzt auf YouTube bezogen. Aber es ist ja genauso klar, wenn das ein Jahr lang läuft, ja, dass man unweigerlich irgendwann richtig hart Probleme bekommt, so. Und wie sollte ich denn das da nachweisen? So, das ist ja total dumm. Ja, schwierig. Ich möchte auch allen Leuten danken, die GEZ-Zahlen, ja, die Rundfunkbeitrag, dass sie mir meine kleinen und großen Rollen im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bezahlen. Dankeschön. Ja, aber Tino, meinst du, du wärst, also hättest du überhaupt keine Auftritte im Fernsehen oder in Schauspielsachen, wenn es die GEZ nicht gäbe? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch in dieser Casting-Kartei für gewisse TV-Serien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich habe über die jungen Ärzte zum Beispiel in aller Freundschaft oder Tatort und so weiter, habe ich mein meistes Geld bekommen fast, kann man sagen. Oder diese ZDF-Serie Bauhaus, wie hieß die dann? Die neue Zeit. Das sind ja alles öffentlich-rechtliche Produktionen gewesen. Und da habe ich halt in den letzten Jahren davon leben können. Auf jeden Fall, ja. Na gut, Tino, na gut. Ich würde noch eine tiefere Diskussion ansprechen wollen, die ich mit Herodes hatte und danach vielleicht nochmal zu Barillas Text zurückkommen, weil der ist ein bisschen, da steckt viel drin. Das muss man, glaube ich, Stück für Stück nochmal aufdröseln. Aber weil es auch gerade passt. Ich hatte nämlich mit Herodes die Diskussion, dass ich davon überzeugt bin, da ging es auch um Grundeinkommen und so, und ich bin davon überzeugt, dass es einen verschwindend geringen Teil gäbe, der gar nichts machen würde mit Grundeinkommen. Also wirklich nur Faulenzen. Aber dieses Stigma von der faule Hartz-IV-er wäre schon mal weg, das ist auch sehr wichtig. Aber, dass es trotzdem einen kleinen Teil geben würde, die nichts machen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die das Recht darauf haben, ein Recht auf Faulheit, weil, und jetzt wird es halt ein bisschen, kann ich auch verstehen, dass Herodes da nicht einer Meinung ist. Aber das Ding ist, dass man hier hineingeboren wird, in diese Situation, die ja in irgendeiner Form künstlich geschaffen ist. Also du wirst nicht irgendwie in die Uhrzeit reingeboren und bist deines eigenes Glückes schmied insofern, dass du halt losziehst, einen Hasen kaputt haust und den dann isst. Und so ungefähr. Das bringt natürlich auch mega viele Vorteile mit sich, ja, das will ich gar nicht bestreiten, dass du hier übelst bequem einfach in den Supermarkt gehst und dein Essen kaufst und so. Aber, du hast dir das bei deiner Geburt nicht ausgesucht, du bist hier reingeboren und musst dich damit arrangieren. Und wenn es dann aber heißt, okay, wenn du dich hier arrangieren musst, dann musst du auch, was weiß ich, 9 to 5 arbeiten, so. Aber ich sage halt, dass das nicht in der Biologie so vorgesehen ist, dass das nicht von innen heraus ist, sondern ein künstlich geschaffenes, gesellschaftliches Konstrukt, in das du reingeboren wirst. Und wenn Leute sagen, darauf habe ich keine Lust oder das, weißt du, das widerstrebt meiner Natur, dann habe ich da halt Verständnis für. Und das sage ich aus der, also ich mache ja auch dieses 9 to 5 Ding nicht, aber dennoch mache ich halt Dinge, ja. Und ich glaube auch, dass, lass mich jetzt nicht Ben Shapiro sagen und eine Zahl aus der Luft greifen, aber der größte Teil der Menschen würde auch irgendeiner Arbeit nachgehen. Und wenn es halt ist, irgendeine Arbeit, die jetzt zum Beispiel nicht vergütet wird, irgendwelche wohltätige Arbeit, irgendwas Obdachlosen helfen oder so, wo halt keiner Geld für kriegt. Aber das würde viel besser möglich sein, wenn du halt die Grundsicherung hast mit deinem bedingungslosen Grundeinkommen. Und irgendwas macht fast jeder, weil der Mensch nicht dazu geschaffen ist, einfach nur wirklich 10 Jahre lang auf dem Sofa zu sitzen und Fernsehen zu gucken. Das macht keiner. Ja, okay. Aber weißt du, was ich meine so? Ja, ja, ich bin voll, ich bin eigentlich ganz, ganz, ganz voll bei dir. Ich sehe es ähnlich, dass man ein rechter Vollheit hat. Das ist eigentlich meine Lebensphilosophie und ich möchte ja auch durchs Leben kommen, ohne irgendwie einen scheiß Job haben zu müssen und dass ich viel Spaß habe. Man ist halt irgendwie so Opfer seiner Umstände. Man wird halt irgendwie hier reingeboren in ein System, was man sich nicht ausgesucht hat, da hast du halt völlig recht. Auf der anderen Seite hast du halt Rechte und du hast Pflichten, weißt du? Du hast halt das Recht irgendwie auf Unversehrtheit, du hast ein Grundgesetz, auf das du dich stützen kannst, wirst von Polizei beschützt, wirst, also wenn du Glück hast zumindest und du schwarz bist. Du hast eine Krankenversorgung und so weiter und wirst halt irgendwie, hast halt ein Recht auf Leben. Auf der anderen Seite bist du halt verpflichtet, etwas beizutragen, um das zu finanzieren und das zu stemmen. Das, ja, ähnliches hat ja uns auch gesagt. Genau, das, was ich verstehen kann und das kenne ich auch, dieses Argument, weil ich auch schon in meinem Leben viele Diskussionen hatte mit irgendwelchen liberalen Leuten, die ich verstehe. Und es ist auch für mich eine Meinung, die man vertreten kann, die ich toleriere, im Gegensatz zu rassistischen Meinungen. Die vertrete ich halt, die vertrete ich nicht, aber verstehe ich zumindest. Oder ich sehe es genauso, dass man einfach, dass es der Mensch gemacht worden ist. Also, er ist, glaube ich, ganz froh, eine Aufgabe zu haben. Ich kenne es ja auch von mir, wenn ich irgendwie Semesterferien hatte oder ich länger nichts zu tun hatte, dann kribbelt es mir überall, weißt du, dann muss ich irgendwas tun. Und dann gehst du halt irgendwie, trittst du in eine Partei ein oder du machst irgendwelche sozialen Projekte, die du unterstützt. Du spielst Theater, machst Musik, keine Ahnung, irgendwas machst du, worauf du Lust hast. Und es gibt Menschen, denen macht es Spaß, Leute zu bedienen als Kellner oder als Köche. Oder die gibt es ja irgendwie auch und es würde ja auch stattfinden, weißt du. Ja. Ich gehe nicht ganz mit, aber ja. Also, ich sage, also das mit den Verpflichtungen, das verstehe ich, ja. Und das hatten ja auch die Diskussion so, dass Leute halt nichts bekommen sollten. Ich will jetzt ja auch nicht falsch zitieren, aber so in diese Richtung ging es. Die überhaupt nichts Positives zur Gesellschaft beitragen. So. Oder ich weiß nicht, was das Wort war, an dem wir uns ein bisschen aufgehangen hatten. Mehrwert oder, oder, ah, ich weiß nicht, was das Wort genau war. Und dann war aber meine Argumentation wiederum, das Ding ist, wirklich etwas beitragen. Also, fuck man, was war denn dieses Wort? Wert, Wert, fuck. Das wäre schon relativ wichtig. Vielleicht fällt es mir wieder ein, aber das, also, folgendermaßen. Der Hartz-IV-Typ, ich stigmatisiere munter weiter. Der bedingungslose Grundeinkommen-Typ, der zu Hause sitzt und absolut nichts macht, ja. Der sitzt den ganzen Tag zu Hause und schaut Fernsehen oder was auch immer. Aber, so, eventuell könnte man ja so sehen, dass der immer noch, wenn man jetzt zum Beispiel aufs Klima betrachtet, was ja für die Menschheit ein essentielles Ding ist, ja. Könnte man sagen, dass diese Person sehr viel besser fürs Klima ist, als irgendein Großkonzern oder so oder halt irgendein CEO von einem Großkonzern von Nestlé oder was weiß ich, der die Welt ausbeutet, irgendwelche Firmen, die den Regenwald weiter abholzen, ja. Die machen ja sehr viel, die verrichten ja viel Arbeit und machen so gesehen, was für die Gesellschaft, weil sie, was weiß ich, uns ermöglichen, alles hier zu bestellen und es kommt direkt vor Ort an und alles ist cool, ja, unser Leben ist so viel besser. Aber der Mehrwert ist da vielleicht geringer als da. Verstehst du, was ich meine? Also, ich habe so ein bisschen das Problem, das irgendwie so festzumachen, diesen Beitrag zur Gesellschaft. Ja, meinst du so ein bisschen, dass die Menschen keinen Schaden anrichten können, wenn sie ihr Geld so bekommen würden, als wenn sie jetzt irgendwie sich billig versklaven lassen würden? Das ist nur ein Beispiel, weil, ja, ich muss dieses Wort finden, Alter. Ich finde dieses fucking Wort nicht. Es ist halt nur ein Beispiel, weil je nachdem, aus welchem Blickwinkel man schaut, verändert sich ja dieser Begriff von, was auch immer das Wort gerade ist, auf was ich nicht komme, verdammte Scheiße. Ja. Dass man das gar nicht so richtig greifen kann. Was ist jetzt gut, was ist jetzt nicht so gut, weißt du? Ja, ich habe es im Ansatz verstanden, glaube ich. Oh, fuck, Alter. Aber das Wort wäre sehr wichtig. Ja, es ist so fucking, es ging halt um die Definition, warte hier. Ach, von leisten, genau, das ist nämlich das Wort. Da hat ein CEO von einem Regenwald-Abholzungskonzern mehr geleistet als eine Putzfrau. Das war nicht meine Frage, weil du kannst halt, dass die Definition von Leistung ist für mich einfach entweder nicht vorhanden oder immer anders, je nachdem, aus welchem Blickwinkel du schaust. Eine Putzfrau, die halt jeden Tag immer nur einen Raum schrubbt, ja, die leistet ja vielleicht nicht so viel. Aber im Vergleich zu jemandem, der aktiv den Planeten zerstört, leistet sie ja theoretisch viel mehr, weil sie das nicht tut. Ja, also wahrscheinlich ist es dann so ein Mensch, der dann irgendwie eine Millionunternehmen leiten muss, der managt, organisiert, dass du und ich vielleicht hier, weiß ich nicht, Klamotten haben zum Beispiel oder dass wir Holz haben, womit wir Möbel schnitzen können. Und das dann seine Leistung, dann ist er vielleicht so eine Art, der den Stein zum Rollen bringt, weißt du? Ja. So ein Millionen-Dollar-Fuzzi. Und dann, jetzt habe ich es nämlich extra gefunden, kann ich noch sagen, dass Herr Odesner meinte, es geht ihm eher darum, dass ein Harzer nicht mehr verdient als eben eine Putzfrau. Und das ist halt die Sache, wo wir uns dann wahrscheinlich auch ein bisschen unterscheiden. Ich sage, dieser Teil an Leuten ist verschwindend gering, sodass man ihn quasi ignorieren kann. Oder von mir aus, ich würde es nicht machen, aber wenn ihr unbedingt wollt, dann ächtet es halt gesellschaftlich, Leute, die nichts beitragen. Aber wie gesagt, dieses Nicht-Beitragen, negatives Beitragen finde ich schlimmer als Nichts-Beitragen. Das ist mein Bestandpunkt. Und ich sage, dieser Teil an Nichtstouren ist so verschwindend gering, wenn dieses Stigma von Hartz IV weg ist, dass man den ignorieren kann. Und den Teil, den es gibt, dann ist das halt auch einfach im menschlichen Wesen enthalten, wenn es das gibt. Und dann muss man das irgendwie auch philosophisch gesehen tolerieren. Ist meine Meinung. Ja, ich muss auch sagen, gerade das Thema so Putzkräfte und so weiter, da komme ich meistens nicht weiter, wenn ich mit Leuten diskutiere zum Thema Grundeinkommen. Weil ja so Putzaktivitäten werden ja meistens nur dann gemacht von Leuten, wenn sie halt irgendwie keine Perspektiven haben. Menschen, ich glaube nicht, dass Menschen Putzkräfte werden, weiß nicht, weil sie so riesen Spaß dran haben. Die gibt es bestimmt auch und es ist ein großartiger Job. Das ist auf jeden Fall und weil du deine Ruhe halt hast. Du kannst am Ende des Abends bist du ganz allein und so. Also es hat schon auch andere Vorteile, aber ja. Gibt es bestimmt, aber ich glaube, dass es viele Menschen nicht machen würden, wenn sie halt Geld so bekommen würden. Und ich weiß nicht, wie man einen Anreiz schaffen kann, trotzdem Menschen dahin zu bekommen. Oder auch was so Abwassertechnik angeht. Menschen, die halt im Abwasser arbeiten, die Müll trennen müssen oder so ganz, so Berufe, die echt schmutzig sind und die Menschen krank machen auf Dauer, ja. Wie kriegst du das denn hin, dass diese Sachen gemacht werden? Ja, besser bezahlen, ganz einfach. Das ist doch jetzt das aktuelle auch Problem, also dass wir völlig unterbesetzt sind in der Pflege, weil es halt auch teilweise übelstbeschissen Dings ist. Und da ändert ja das Grundeinkommen nichts dran. Ja, genau. Ja, ich finde, dass diese Verdienstverhältnisse eh geändert werden müssen. Ich finde diese... Du wirst ja mit Grundeinkommen nicht reich, ne? Das muss man ja sagen. Also du hast halt dein Grundeinkommen. That's it, so. Aber wenn du darüber hinaus dir halt ein Auto leisten willst, dann kommst du halt damit natürlich nicht weit, so. Genau, genau. So sehe ich es auch, weil wir auch mal in irgendeiner Diskussionsrunde, das ist schon ein paar Jahre her, in Berlin auch diskutiert hatten zum Thema Höhe des Grundeinkommens. Wie hoch es denn sein sollte. Und da war ich bei so maximal 800 Euro und andere haben dafür 2000 eingetreten, so wo ich dachte... 800 ist zu wenig, Tino, weil in München bist du halt mit 800 Euro nicht gesichert. Und es muss deutschlandweit gleich sein. Achso, ja gut. Ja gut, es muss so ein bisschen... Achso, stimmt. Das ist natürlich schwierig. Weil mit 1500, worauf sich viele einigen können, dann bist du halt irgendwie auf einem Dorf in Thüringen oder in Sachsen, bist du halt schon ziemlich... bist du schon fast wohlhabend, ja? Als du es jetzt in München wärst zum Beispiel. Ja, dann wohnst du aber auch auf dem Dorf. Das hat ja alles Vor- und Nachteile. Ja, so gesehen... Das sind halt mehr Spritverfahren jetzt. Keine Ahnung. Also, ja. So gesehen ist es vielleicht keine schlechte Idee. Also, ich hab damals, das ist schon 3, 4, 5 Jahre her, für so 800 eingestanden. Aus meiner Perspektive war ich auch zu der Zeit so 800 verdient habe ungefähr. Und dachte, das reicht für ein WG-Zimmer und so. Also, ich bin abgesichert grundsätzlich. Aber es stimmt, wenn ich jetzt in München wohnen würde, würde das vielleicht einen WG-Zimmer kosten. Ja. Also, wie gesagt, also auch hier, ne? Ich bräuchte keine 1500, um zu überleben hier in Weimar, ja? Ja. Aber wir sind halt auch die Ossis, ne? Ja, stimmt. Wir sind halt die Mieten etwas anders. Naja, ich würde nochmal auf den Beitrag von Barilla eingehen, weil da haben wir jetzt ein bisschen drumherum getänzelt. Das BMW-Ding hatten wir eigentlich so ein bisschen. Ja, Aktionäre hat man ja auch angesprochen. Und die Angestellten mit Kurzarbeit vom Staat mitfinanzieren. Ja, ich weiß nicht. Also, ich hab da jetzt nicht so viel Negatives zugehört. Vielleicht kennst du dich da mehr aus. Also, Leute, die jetzt in Kurzarbeit waren, ich hab eher aus Amerika mitgekriegt, dass die das für eine, also, nicht Amerikaner an sich, sondern Amerikaner, die eher meiner Meinung sind, die zum Beispiel dieses Kurzarbeit-Modell sehr gut finden. Weil in Amerika hattest du halt einfach nichts, so. Da hast du keine, kein Geld bekommen von deiner Arbeit. Da war halt einfach Corona, der Laden war zu und du musst gucken, wo du bleibst. Fucking Freedom Country, Alter. Ja, klar, Kurzarbeit-Geld ist natürlich im Vergleich zu gar nichts bekommen sehr gut. Aber die Frage ist ja, wie viel du auch bekommst davon. Und es gab Menschen, die hatten keine Wahl, die haben auf einmal nur 70 Prozent verdient, was sie sonst verdienen würden. Und die haben ja trotzdem ihre Miete und ihre Kinder, die sie durchbezahlen müssen und Auto und so weiter. Und hatten halt keine Wahl dafür. Klar ist es besser, als gar nichts zu bekommen, aber irgendwie, wenn du von einem auf nächsten Monat irgendwie 30 Prozent weniger Geld bekommst, kann das schon ganz schön reinhauen. Gerade wenn du sonst immer gerade so auf Null kommst auf deinem Konto. Ja. Also ich muss sagen, da bin ich auch nicht ganz so im Thema drin, weil es halt nicht meine Welt ist. Aber klar, wenn irgendwie alles dicht macht, das muss eigentlich der Staat irgendwie auffangen. Weil dann spielt das ja übelst den Corona-Leuten in die Hand so, wenn es einfach heißt, okay, wir sind jetzt hier ein Jahr zu und dann mach halt wieder auf. Aber bis dahin bin ich längst pleite und kann den Laden anzünden so. Ja. Also ein Hauptthema ist ja auch Miete zum Beispiel, dass viele Clubs und Bars halt Miete zahlen mussten. Kann ich verstehen, weil ja auch die Besitzer dieser Objekte ja auch irgendwie Einnahmen generieren müssen. Ähm, aber trotzdem hätte man da vor allem ansetzen können, dass man sagt, hier, wir machen jetzt, machen das jetzt so, dass Menschen oder das, das Bars, Kneipen, Konzerthallen keine Miete mehr zahlen. Und wir subventionieren quasi das so ein bisschen, dass das erhalten bleibt, dass man da schon vielen Leuten helfen würde. Ja. Ja, selbst der geile Muckepark hat zugemacht. Endgültig. So wie ich das gehört habe. Ich glaube, Pia hatte das erzählt. Ja, das ist richtig scheiße. So, ich glaube, ich glaube halt, dass, also es ist scheiße für die Betreiber, aber ich glaube, das wird sich regenerieren. Es werden dann halt irgendwie neue Läden und Clubs irgendwann entstehen. Aber es ist halt scheiße für diejenigen, die sich jetzt jahrelang, jahrzehntelang was aufgebaut haben. Und ich kenne auch persönlich. So wie MCM. Wie MCM. Aber ich kenne auch, oh Gott. Aber ich kenne auch persönlich halt Leute, die eigene Läden hatten, kleine Cafés oder auch so Konzertkneipen und Bars, die halt das jahrzehntelang irgendwie gestemmt haben und jetzt gerade anfingen, so ein bisschen auch davon leben zu können und das finanzieren konnten und es sich auch was abwirft und jetzt halt pleite gehen müssen. Das ist für die richtig, richtig scheiße. Ja. Und ich finde Corona gerade ein richtig gutes Beispiel für das Thema Gerechtigkeit. Ja. Weil es auch zu dem Thema ging, dass jetzt Geimpfte wieder mehr Rechte zurückbekommen sollten. Und ich dachte auch im ersten Moment, hm, es ist irgendwie ungerecht, dass wenn auch nicht alle Menschen ein Impfangebot bekommen haben, jetzt mehr, trotzdem jetzt Menschen, die geimpft sind, mehr Rechte bekommen. Auf der anderen Seite ist ja das aktuelle Thema das, dass hier alle gerade beschnitten werden in den Grundrechten. Und es ist eigentlich ganz... Sie gehen wieder auf den Normalzustand. Genau. Und es so eigentlich gesehen werden muss, dass die ersten schon mal zum Normalzustand zurückgehen könnten. Ja. Es werden quasi nicht Grundrechte entzogen, sondern zurückgegeben, weißt du. Das finde ich eigentlich ganz cool. Auch wenn ich Menschen verstehen kann, gerade junge Leute so, die halt noch nicht geimpft werden konnten oder noch nicht geimpft werden dürfen, dass sie so ein bisschen neidisch drauf blicken. Aber in meinem Freundeskreis, und ich hatte jetzt ein paar schöne kleine Zoom-Gespräche mit Freunden wieder, da gab es nicht einen, der gesagt hat, er fühlt sich ungerecht behandelt. Die haben sich eher gefreut, dass sie erst wieder anfangen können und dass es ja ein guter erster Schritt ist. Und man damit auch schon den kleinen Unternehmen helfen kann, so in den kleinen Bars vielleicht. Ja. Mit solchen Sachen. Gestern im Stream kam raus, dass in Baden-Württemberg jeder über einem BMI von 30 eine Impfung bekommt. Das ist ja auch irgendwie alles ein bisschen... Also, dass das so wahllos ist, macht halt auch dieses Gefühl von Ungerechtigkeit, ne? Also Menschen, die eher übergewichtig sind. Ja, aber 30 ist halt nicht fett, ne? Also, ist halt ein bisschen moppelig. Deswegen... Das ist aber echt willkürlich, ja. Ja. Als wären Menschen mit mehr Hüftgold irgendwie gefährdeter. Ist das denn so? Nein, Tino, das verletzt gerade Menschenrechte und das ist ganz... Da sind Leute aufhändet, wenn du jetzt sagst, dass Dicksein ein Krankheitsbild ist und dich anfälliger macht für Corona und ähnliches. Das darfst du nicht sagen. Ich weiß es halt nicht, ob das so ist. Also, sie müssen doch irgendwo auch eine Rechtfertigung haben. Wenn sie schon sowas haben wie Prioritätengruppen, müssen sie auch... Hast du mal... Hast du mal einen fetten Menschen Treppensteigen hören? Ja. Ja. So, und das ist kein Hate Speech. Das ist einfach nur... Das ist einfach nur faktische Beobachtung. Mir geht's aber fast genauso als Mensch, der untergewichtig ist. Auch ich, wenn ich ein bisschen Sport mache, dann fang ich an zu hecheln. Ja, sag ich ja auch nichts gegen. Danke. Deswegen... Naja, nee, deswegen... Ich meine, fette Bashen ist böse, aber irgendwie Models Bashen ist wieder okay. Das ist auch ungerecht. Ja, aber da ist es halt okay, weißt du? Da sagt keiner, oh, lass doch mal die armen Models mit ihrem Untergewicht. Nee, das ist okay, wenn man sagt, ah, guck mal, die haben ja gar nichts, Alter. Ja, äh, äh, ja klar, jetzt mal beiseite gelassen, dass ja auch irgendwie dünne Menschen eher zum Schönheitsideal gehören, ja. Das mal beiseite. Aber wie auf dich mal anhören musste, oh, Tino ist mehr, ähm, oder du siehst so krank aus und so und, oh, hast du dünne Beine? Dann legen sie irgendwie ihre, ihren Daumen und Zeigefinger zwischen meine Beine oder meine Arme und sagen, oh, ich komm ja fast drumrum und so. Das ist, das ist auch, das ist auch Bodyshaming, ja. Stell dir das mal vor, Alter, so ein, in, in fucking, äh, Eritrea oder, keine Ahnung, Alter. Da kommst du so an, machst deine Finger um, oh, ich komm ja fast drumrum. Es ist so wies, Alter. Es ist für mich ein Standardspruch, weißt du, wie oft ich das schon gehört habe von Leuten, die Finger, Zeigefinger und Daumen um meine Handgelenke gemacht haben und meinten, na, komm ich ja voll drumrum. Und mich dann so, so geschockt angucken, nicht mit Sache, ja, ich kann auch nichts dafür, ich esse ja schon ausreichend. Da musst du sagen, du widerlicher Riese, Alter, hast du für eine widerlich große Hand. Jetzt müssen die alle so fett sein wie du. Ja, aber weißt du, ich finde es halt auch irgendwie, es ist, jetzt, es trifft mich nicht wahnsinnig, aber es nervt. Und es ist irgendwie auch doch vom Grund her, vom Grund her verletzend, wenn ich ständig gehört bekomme, ich bin zu dünn. Für wen denn? Ja, also ich weiß nicht, ob du, was dein BMI sagt, ob du in einem Untergewicht bist, aber, also, wenn du gesundheitlich nichts davon merkst, ist ja okay, aber falls du durch diese Kondition sehr viel mehr krank bist zum Beispiel oder so, dann könnte man ja zumindest sagen, ey. Aber ich meine, soweit ich weiß, kannst du ja essen, was du willst und nimmst halt nicht zu. Also das eine ist ja irgendwie gesundheitliche Sachen, aber so, ich meine, diese soziale Verächtung teilweise, dass man irgendwie, oder auch als ich jetzt diesen Shitstorm hatte durch diesen Tagesschau-Kommentar von mir, da kamen auch ganz viele, die mir geschrieben haben, ist ja ein Hautknochenklappergestell und so, das ist doch auch diskriminierend und beleidigend. Ich finde das nicht gut, auch auf der Seite nicht. Ich finde das auch nicht gut, aber über sowas kann ich hinwegsehen, weil das sind, also wer halt sowas macht, so ein schlechtes Atominem, das überhaupt nichts mit der Diskussion zu tun hat, der hat doch mit sich selbst irgendwie ein Problem oder ist halt einfach in einer Sackgasse argumentativ. Und deswegen, keine Ahnung, Leute, die dich sinnlos beleidigen, die haben mit sich selbst ein Problem. Ja, sehe ich auch so. Oder hast du noch nichts erreicht in deinem Leben? Das wissen die überhaupt nicht, die kennen mich nicht. Es ist echt spannend. Was ich auch nochmal ansprechen wollte, weil so lese ich das hier raus, dass Barilla über dem Freibetrag an Vermögen ist, wegen seinem Auto, also wegen nicht Bargeld oder Geld auf dem Konto, sondern seinem Besitztum. Lese ich das da richtig raus? Wegen des Besitztums. Das finde ich halt echt kritisch, muss ich sagen. Weil die Argumentation ist ja, ey, du kriegst jetzt kein BAföG, weil du könntest ja auch dein Auto verkaufen. Ja, geil, dann hat er halt kein Auto mehr, so. Sie sehen das so ein bisschen so, was hast du denn für Einnahmen und was hast du denn für Besitzgüter? Und wollen halt daran erkennen, wer BAföG berechtigt ist. Und das ist halt manchmal sehr willkürlich und sehr, ja, das ist halt ungerecht. Ich weiß nicht ganz, ob ich das richtig rauslese, weil danach schreibt er ja auch, Geld ist für die Zukunft gedacht, in Klammern Haus. Aber davor geht es halt um das Auto. Und wenn das Auto da irgendwie mit reingerechnet wird, fände ich das wirklich ungerecht, muss ich sagen. Bei Bargeld kann ich es eher verstehen oder halt, wie gesagt, mit Geld auf dem Konto, was auch immer. Aber ein Auto, da kannst du ja auch ankommen und sagen, du kriegst kein BAföG, bevor du nicht deine fucking Playstation verkaufst oder deinen PC. Ja, oder du siehst super gut aus, hast große Titten, du kannst ja auch zu U-Porn gehen und deinen Körper verkaufen, weißt du? Du musst es wieder übertreiben. Aber Barilla, geh mal zu U-Porn, bitte. Es wirkt halt willkürlich. Ich finde es echt schwierig, dass es halt so einen gewissen Betrag gibt, den du erreichen darfst und der Rest wird dir halt irgendwie weggezwackt. Das ist halt irgendwie nicht zielführend, finde ich zumindest. Du willst ja auch jemanden nicht pleite machen, du willst ja dafür sorgen, dass er über die Runden kommt und seinen aktuellen Besitz, der ja nicht riesig ist. Er hat ja jetzt nicht ein Schloss und irgendwie zehn Autos, er hat halt irgendwie ein Auto und das kann er doch ruhig halten dürfen. Ja. Verstehe ich nicht so richtig. Dann müsstest du ja genauso gut ansetzen in seinem Rauchverhalten oder ob die Person gerne saufen geht. Es ist doch egal, wofür das Geld drauf geht irgendwie. Also ich finde das irgendwie schwierig. Vor allem, wenn auch irgendwie eine spontane Rechnung dazu kommt, die man irgendwie überhaupt nicht bedenkt. Irgendwas geht kaputt oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder also in der Situation jetzt, wenn er sein gespartes Geld aufbraucht, ist ja dann kein stetiger Zufluss, weißt du. Also wenn du BAföG kriegst, regelmäßig ist das ja was anderes. Gut, man kann dann auch sagen, okay, es ist absehbar, wenn das Geld langsam knapp wird und dann kann man vielleicht dann nochmal BAföG beantragen. Aber an sich, ja. Oder was ist, wenn er beklaut wird? Ja. Dann steht er von heute auf morgen ohne da. Ich weiß es nicht. Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen strange. Aber klar, wenn er wirklich jetzt irgendwie 100.000 auf der hohen Kante hat für ein Haus, ich kann das schon nachvollziehen, dass man dann sagt. Ja, 100.000 ist ja auch ein Riesenbetrag. Aber wenn du jetzt irgendwie 5.000 auf dem Konto hast und sagst, was willst du irgendwie ansparen für irgendwas, für irgendwelche großen Ausgaben oder wenn irgendwas passiert, sollte man, finde ich, nicht anrechnen. Es gibt auch Sachen, die überhaupt nicht durch Versicherungen abgedeckt werden. Oder wie ist jetzt zum Beispiel mit Beerdigung, wenn irgendjemand, es sei denn, wenn deine fucking Mutter stirbt oder so und ist jetzt nur ein Beispiel. Also du bekommst, glaube ich, Waisenrente irgendwie, wenn du minderjährig bist. Ja, Waisenrente, ich meine ja nur, also ich bin da eh nicht so der große Fan von, aber Beerdigungen an sich sind die nicht auch übelst teuer? Ja, auf jeden Fall. Das muss ja auch jemand bezahlen so und das wäre jetzt zum Beispiel so eine Sache, so eine Ausgabe, die dann halt aus dem Nichts eventuell auf dich zukommt. Mhm. Ja. Finde ich auch schade. Ich finde so Sachen, die man irgendwie nicht beeinflussen kann, wie den eigenen Tod und so weiter, finde ich, sollten staatlich finanziert werden. Ja, oder? Mindestens anteilig. Verstreut einfach meine Asche auf dem Bauhausplatz oder so. Das darfst du ja auch nicht. Du musst ja auch irgendwie auf den Friedhof gehen und brauchst eine Sondergenehmigung, wenn du dich im Garten vergraben lassen willst oder was weiß ich. Das finde ich auch wieder, da greifen die auch wieder in deine Grundrechte irgendwie ein und Recht auf deinen eigenen Körper und du musst halt irgendwie Pacht bezahlen für einen Friedhof. Das finde ich so, du wirst gezwungen, eine Pacht zu zahlen, finde ich halt schwierig. Moment, dauerhaft? Ist das keine Einbahnzahlung? Nee, nicht dauerhaft. Bei uns auf dem Dorf war es damals so, dass wir irgendwie im Jahr, wie war das denn, zwar nicht viel auf dem Dorf, aber man muss so lange, solange das, nee, weil das gerade ja irgendwann verschwindet, also Gräber bleiben ja nicht für immer. Dann macht das Gräber ja richtig sinnlos. Nee, also es ist ja für die Menschen, die den Menschen kannten. Also klar, wenn du jetzt irgendwie berühmt bist, wie jetzt, weiß ich, du bist Falco, du bist Rio Reiser, denen ihre Gräber bleiben in der Regel schon länger erhalten, weil die halt irgendwie auch Personen des öffentlichen Rechts sind und erfinden sich immer irgendwelche Initiativen, die das bezahlen und Fans. Aber wenn du jetzt irgendwie deine Oma stirbt und dann sterben die Menschen, die sie kannten, dann kann es passieren, dass dann irgendwann die Familie sagt, wir kannten Oma Gerda gar nicht mehr, wir lassen es gerade jetzt einfach einstampfen und dann wird es weggemacht. Dumm. Dann zahlst du auch nichts mehr. So war es auf dem Dorf zumindest bei uns damals. Irgendwann konnte man sagen, nee, wir zahlen jetzt keine Pacht mehr, dann wird es gerade weggemacht, dann kann da noch Neues entstehen. Alter, ey. Big Lebowski, Alter, einfach ins Meer streuen, da hat sich der Scheiß. Äh, ja, geil. Aber gut, dass wir jetzt nochmal hier so einen Abschweifer gemacht haben über fucking Sterben und selbst da kostet alles, es ist doch schwierig. Wir können auch die letzten fünf Minuten nutzen für ein Thema, was ich aufgeschrieben habe und zwar Militanz. Wenn wir zum Thema Gerechtigkeit gehen, wann ist denn Militanz oder Gewalt eigentlich gerechtfertigt? Das ist doch voll die wichtige Frage, finde ich, weil ich habe jetzt ein Interview gesehen mit Danger Dan, der hatte diesen Song gemacht, von der Kunstfreiheit ist alles gedeckt so und das sind ja auch am Ende, wenn man nichts mehr tun kann gegen irgendwelche Faschisten und so, hilft nur noch Militanz. Was von vielen abgelehnt wird, auch von linken Leuten, wo ich sage, nee, halt stopp, wir wollten doch auch vor 80 Jahren von den Alliierten befreit mit Bomben und nicht mit irgendwelchen Anträgen und Podiumsdiskussionen. Und ich glaube, irgendwann ist ein Punkt erreicht, wenn Menschenleben gefährdet sind, wenn es Unterdrückungen gibt, Faschismus und Krieg und so und Verfolgung, dann finde ich es durchaus gerechtfertigt zu sagen, halt stopp, jetzt müssen wir aber auch mal dagegen vorgehen und den alten Hitlerbastard mal erschießen. Ja, also das Ding ist, wenn ein Land offensiv Krieg führt, dann auf jeden Fall, aber ansonsten ist das, finde ich, eine sehr schwierige, schwammige Frage, zum Beispiel die Proteste von Hongkong, die mich ja irgendwie anderthalb, zwei Jahre beschäftigt haben. Wenn die von Anfang an so richtig mit rumgeknüppelt hätten, da wäre das Ding, glaube ich, erstens sehr gefährlich eskaliert und zweitens hätte es nicht diese Außenwirkung gehabt, weißt du? Dieser Gandhi-Ansatz von wegen, jo, schlag mich doch, übel geil, ich knie nieder und tritt mich halt rum, der ist halt immer gut für eine Außenwirkung. Aber klar, ab irgendeinem Punkt, wir haben es jetzt gerade, wir werden es diese Woche bestimmt im Brennpunkt besprechen, in Kolumbien geht zum Beispiel auch gerade wieder die Scheiße ab, dass da das Militär vor Ort ist und ich glaube, mittlerweile sind über 20 Leute auch schon erschossen worden. Und ja, es ist halt schwierig, ab irgendeinem Punkt ist das auf jeden Fall erreicht, aber ich würde sagen, ab dem Punkt, wo Zivilisten wirklich erschossen werden, sollte man wirklich gewalttätig antworten. Wenn es aber nur niederknüppeln und typische Dings ist, dann ist es einfach für die Außenwirkung auch sehr viel besser, wenn man mit erhobenen Händen dasteht und sich eine reinwamsen lässt. Aber da kann ich halt auch wieder sagen, bei Hongkong hat es halt auch jahrelang keinen so richtig interessiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass dann irgendwie, dass Deutschland oder wer auch immer die EU gesagt hat, okay, wir importieren jetzt nichts mehr aus China, bevor ihr nicht die fucking Hongkong-Leute in Ruhe lasst. Ist ja auch nicht passiert. Deswegen, es ist super schwer. Aber ich finde nicht, dass es in Deutschland Zeit für Militanz ist. Nee, vielleicht nicht, aber ich meine halt so dieser Unterschied, dass halt zum Beispiel Stauffenberg übelst gefeiert wird, so, weil er Hitler töten wollte. Und wenn du heute irgendwie Beatrix von Storch eine Torte ins Gesicht wirfst, bist du gleich übelst ein Linksfaschist und gewalttätig und gehörst weggesperrt, weißt du? Das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig. Ja, weggesperrt vielleicht nicht, aber finde ich auch nicht unbedingt gut. Also das kann man auch auf tausend andere Arten mit der gleichen Aussage machen, ohne sie jetzt physisch anzugehen, weißt du, wie ich es meine? Ja, so eine Torte im Gesicht, die tut ja auch nicht weh. Ja, ich verstehe das schon, aber es lässt dich nicht unbedingt als die bessere Person dastehen. Und das sollte bei so einer Aktion auch wichtig sein. Da kannst du ja auch irgendwie Sticker ankleben oder so, weißt du? Was halt irgendwie ein bisschen weniger übergriffig ist, aber vielleicht die gleiche Wirkung hat. Aber auch da geht es ja wieder um die Außenwirkung, weißt du? So ein Foto von Storch, die irgendwie eine Torte im Gesicht hat, ist größer als ein Aufkleber. Ja, aber dann haben doch die Leute eher Sympathien mit ihr oder Empathie. Die, ach guck mal, die Arme, die hat Torte im Gesicht. Und nicht, guck mal, die Asoziale, die hat Torte im Gesicht. Weiß ich nicht. Also in meinen Kreisen war das so cool. In meinen Kreisen war die Außenwirkung anders. In meinen Kreisen, ihr seid ja alles Kugenschmeißer. Das stimmt. Ja, also ich finde, bei so einer Aktion sollte das Ziel eher sein, andere Leute von deiner Aussage zu überzeugen. Und das kriegst du nicht hin, wenn die Person, die du irgendwie angreifst, dann das Opfer ist. Ja, stimmt auch. Ich sehe es ja auch nur so als Ultima Ratio, wenn es echt so gar nicht mehr anders geht und man merkt, jetzt werden die Grundrechte eingeschränkt und jetzt werden Menschen verfolgt. Erst dann sollte man irgendwie zumindest in Erwägung ziehen, dass man auch mit Gewalt dagegen vorgeht, um halt Menschenleben zu retten. Nun gut, das war da ein schönes Schlusswort. Barilla, ich hoffe, du kannst uns verzeihen für den Delay und ich hoffe, dass dir die Ausgabe gefallen hat. Ich fand, wir hatten sehr gute hochphilosophische Ansätze. Da kann man sich mal freuen über diesen tollen Hörerwunsch. Wenn ihr mehr davon wollt, dann gerne mal bei PayPal vorbeischauen und 20 Euro, ein Thema eurer Wahl, was auch immer, alles. Und wir können sogar recht ernst sein und nicht immer nur, ha, 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 Penis, front hole. Gut, oder? Ich bin auch, nur als Funfact, ich habe mir hier auch noch aufgeschrieben auf meiner Liste, Selbstjustiz, Batman. Konnte man nicht mehr erreichen, aber wir können gerne einen Hörerwunsch machen, wenn ihr wollt, zum Thema Batman. Würde mich sehr freuen. Selbstjustiz im Sinne von, dass er halt das Gesetz dir die eigene Hand nimmt, oder wie? Genau, er durfte ja eigentlich gar nicht und ist ja eigentlich von der Polizeibehörde verfolgt worden, aber hat halt irgendwie die ganzen Mafia-Bosse und so eingesperrt und weggebracht. Auch so, ein schwieriges Thema. Batman in real life. Batman ist halt ein bricher Bad Boy. So ist es. Nun gut, ich höre im Hintergrund so Musik. Au, au, au. Das ist so. W, W, W. Garilla, vielen, vielen Dank für die Geduld. Und bis zum nächsten Mal am Wochenende hören wir uns im normalen Bremspunkt. Alles geil, cool. Tschüss, bis Sonntag. Tschüss.